Luca Conti, das Positive aus der Sicht der Fans war heute sicher, dass beide Teams die Offensive gesucht haben. Inwiefern beweisen dann aber drei Shorthander in diesem Spiel, dass man es vielleicht auch ein bisschen oder viel zu viel in die Waagschale geworfen hat? Ja, es sieht dann auch aus. Ich habe das Gefühl, das Powerplay ist wirklich gar nicht gelaufen. Ja, man hat es gesehen. Ich habe das Gefühl, dass wir sicher irgendwie ein bisschen anders spielen müssen, vielleicht einfach einfacher reinkommen und ein paar Schüsse auf das Goal. Sonst habe ich das Gefühl, dass ab und zu zu viel spekuliert werden oder sie sind auch gut auf Konter gewesen. In diesen Tagen hat der IHC Biel kommuniziert und hat den Vertrag um vier Jahre verlängert. Was macht es aus Ihrer persönlichen Sicht, so Stimmung mit dem IHC Biel weiterzuarbeiten? Ja, es ist ein super Verein. Ich kann nicht nur schwärmen von Biel. Mit den Fans war es auch super. Ich hoffe, dass es bald wieder so wird. Und ja, klar, die Familie fühlt sich auch wohl und das geben mir Halt. Und ja, ich könnte sagen, das ist etwa so, ja. Okay, danke vielmals.